Alter, wie viele sind denn hier? Was, euer Ernst? Wie viele sind denn hier? Alter! Ja, servus, meine Liebungs- und Mädels. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge PVZ. Heute spiele ich den Schweißer. Und der wurde sich gewünscht. Von Peter Kamper. Der meinte, ich sollte bitte spielen. Und der hat sogar, wie ihr gerade seht, einen Kommentar hinterlassen. In welchem Set ich den spielen soll. Nämlich im Eisschneider-Set. Und das werden wir jetzt mal tun. Jetzt muss ich nur leider gerade auf die rechte Seite eiern. Weiß das nicht ganz so geil ist. Aber, egal. Wir werden mal gucken, was wir heute mit dem Schweißer reißen werden. Natürlich wie immer zum, äh... Dingens Sprinten. Zum Teleporter. So, da hinten werden meine Kollegen schon hart attackiert. Mal, ob ich da auch. Ich kann da sogar hinschießen. Das ist ja nett. Ich hab sogar was getötet. Irgendeine Pflanze hab ich getötet. Juhu. So. Teleporter wird gebaut. So. Ich bau jetzt noch meine Zombots auf, bevor ich jetzt weiterlaufe. Da ist ein Schnapper gewesen. Den muss ich nochmal töten. Warum ist das irgendwie eine Kapazier, hab ich das Gefühl, oder? Kann das sein? Feuerschnapper. Aua. Das ist ganz schön fies, da oben. Da oben zu stehen. Meno, meno, meno. Ach, kennen wir das. Du Sau. Naja. Egal. Wir machen das nochmal erneut. Können wir mal die Drohne mal gerade benutzen. Dronen Power. Dronen Power. Dronen Power. Jetzt werden wir direkt den Garten hier bombardieren. Dann dragt man hier auf die Fresse. Der Teleporter, ich bin aber noch im Leben. Zack. Ich lasse es hier nicht zu, dass du dir meine Zombots zerstörst. Das ist noch ne Dingens. Erkennen, wie geht's dir? Ich schieße auf dich. Merkst du das? Ach, schade. So. Wir sind am Einnehmen und ich klopfe uns durch meinen eigenen Teleporter. Bevor wir hier den Garten aingenommen haben. Perfetto und so. So, Eier, Eier, Eier. Oweia, Oweia, Oweia. Ich sprinte hier durch. Und werde jetzt. Hui. Mein Teleporter wieder aufbauen. Haha. Ich hoffe zumindest, dass ich vor dem anderen Ingenieur da sein werde. Damit ich hier. Oh, Heiken. Ich hab's ja noch gesehen. Ich sagte, läufst du jetzt noch schnell weg. Aber da war es leider schon, ja, ist schon die Luft geflogen. Das ist natürlich blöd jetzt gewesen. Egal, was willst du machen. So ist das halt. Werden wir mal zum zweiten Mal da hinlaufen. Ob es jetzt mal besser läuft. Hui. So, wir könnten natürlich. Oh, das ist ne Andelay. Die hab ich schon gehört. Da ist schon ne Andelay. Das ist doof. Und ich weiß natürlich, dass Ken rechts was gelegt hat. Deshalb werden wir jetzt rechts nicht lang laufen. Achtung. Da sind ein paar Schnapper unterwegs. Alter. Wie viele sind denn hier? Was, euer Ernst? Wie viele sind denn hier? Alter. Alter, das frisst er mich tatsächlich noch. Der Sack, äh. Mein Gott, wie viele das sind. Das ist ja der Shit. Ich bin ja mindestens vier Leute jetzt gerade gewesen. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Wir sind voll hart den Teleporter am Verteidigen. Aber okay. Das sind vier, vier Pflanzen weniger im Garten. Das muss man halt auch immer dabei bedenken, ne? Das heißt, zu viel Verteidigung am Teleporter ist relativ schlecht eigentlich. So, ich werde jetzt nochmal wieder hier durcheiern. Oder weißt du, ich gehe mal rechts durch. Erkenn, ich habe das schon mitgekriegt, dass du mich schießt. Ach, Mano, ihr seid doch fies, ey. Soll ich denn da durchkommen? Meine Güte, da komme ich doch gar nicht durch. Und kenn, ich weiß, dass du weißt, dass ich da hingehen will. Das war, bist du ja extra auf dem Teleporter. Das weiß ich. Und ihr steht hier hinten rum. Das ist sehr gut. Gut, dass ihr hier hinten rum steht. Und nichts für den Garten tut. Okay, das heißt, wir laufen mal weiter nach vorne. Und werden mal versuchen, jetzt einfach mal so in den Garten reinzukommen. Mensch, lass mich mal in Ruhe. In Ruhe durcheiern. Mensch. So. So, was halt mal hier drüber. Ich würde sagen, die KT ist tot. Oh, Hilfe. Ich werde durch. Ach, guck mal, ich gehe hier durch. Was soll's. Wir beschwören ein paar Zombies. Zombie, zombie, zombie. Stopp. Einfach an meinem Feuer. Eine. Ein. Alter. Boah. Ey, es ist wieder. Och. Keine Chance. Ich komme hier nicht durch. Ich werde direkt. Ah, Gifterbs, ey. Ich werde direkt hier weggeknallt, ey. Das kann aber nicht wahr sein. Da kannst du ja gar nichts dagegen machen. Da kommst du ja gar nicht durch. Leute, Leute, Leute. Was willst du denn da machen? Ich teleporte das zumindest mal aufgebaut. Immerhin, wenigstens etwas. Ich finde es nur im Garten drin, ne? Immerhin etwas. Alter. Leck mich am Arsch. Ist aber nicht so nett, Leute, was ihr hier tut. Oh, oh. Ich könnte sein, dass ich jetzt sterbe durch den Luftangriff. Ja, ich wusste es. Ich wollte zumindest versuchen, den einen zu retten. Schade. Aber wir nehmen einen. Das ist das Wichtigste. Wir nehmen sogar relativ gut gerade einen. Ich überlege halt wirklich, ob ich noch den Geist jetzt freilasse. Weil es sieht fast aus, als hätten wir das jetzt hinkriegen würden. Come on, come on, come on. Ah, yeah. Sauerst. Ich habe meine Chance gewartet und sprint direkt durch zum Teleporter. Haha. Ich werde direkt mal meinen Job hier machen. Ja, ich bin schneller. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Ich bin übrigens schneller, falls du es noch nicht wusstest. Das gibt es doch jetzt nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? Ohne Scheiß. Das gibt es doch jetzt nicht, oder? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Der Schnapp, der, der, das gibt es doch nicht. Da hat der mich noch in der letzten Sekunde eingeschleimt, dieses dumme Stück, ey. Boah, das kann doch wohl nicht wahr sein. In der letzten Sekunde hat der mich eingeschleimt. So ein mieses Stück, ey. Oh, verreck jetzt. Oh, oh. Das wird wehtun. Ey. Ich habe zumindest ein Teleporter aufgebaut. Das ist das Wichtigste. Ja, mein, das habe ich hingekriegt. Wir sehen. Zusammengearbeitet hier. Ja, Ziel mal. Treff mal. Gucken, ob du treffen kannst. Ah, lol. What the fuck. Boah, diese scheißblöden, äh, Dingens, ne? Diese blöden Drohnen hier, die, die machen uns echt das Leben hier gerade schwer. Alter, diese Mistdrohnen, ne? Ich könnte schon fies, was ihr hier tut. Ah, lol. Natürlich, ey. Direkt hier rausgeholt, oder was? Okay, hör doch auf. Ich schieße doch langweilig. Auf Wiedersehen. Schweißer und so. So, ich bin von dieser scheiß Kaktee da hinten beschossen, ne? Du gehst mal auf den Zeiger. Mann, ey. Okay, lass es doch mal sein, du nervst. Ohne Scheiß. Gleich gehe ich offline. Mensch, Mensch, Mensch. Das hasse ich ja so manchmal, ne? Wenn, wenn du wirklich, äh, wenn sich zwei kennen. Das ist halt, das habe ich auch schon so oft erzählt, dass es schlimm ist, stellenweise. Ohne Witz. Das ist so, so unbewusst einfach. Man, man denkt zwar, hm, man macht das nicht, aber das ist halt so wirklich unbewusst einfach. Das ist wirklich so. Das ist unbewusste. Ah, guck mal, da hinten steht ja wieder. Ich schieße, ich schieße den jetzt mal tot, weißt du? Du suchst so im Unterbewusstsein quasi nach demjenigen. Ist einfach so. Ist wirklich so. Ich hab' ich noch erwischt, das ist sehr geil. Ach, Mann, ey. Leute. Kann doch wohl nicht wahr sein. Schon wieder kennen. Mensch, kenn, lass es doch mal, du nervst. Ohne Scheiß. Ist jetzt endlich tot. Wahnsinn. Schon wieder ne blöde Drohne da oben. Leute, macht doch mal die Drohne weg. Ihr seid doch schließlich auch Ingenieur, ach, Ingenieur, sag ich schon. Ihr seid doch schließlich hier, wie heißt es da nochmal und so. Ihr wisst doch, ihr wisst schon, was ich meine. Das Teleporter ist schon gebaut. Na gut, ist das nicht so tragisch. Hoffen, direkt mal in den Garten rein. Lol, was war das denn jetzt? Ne Kartoffelmine, willst du mich verarschen? Das ist ja schlimm hier gerade, was ist denn los? Alter Schwede, was ist denn los? Was geht denn hier ab? Meine Phrase. Das kann doch nicht wahr sein. Hier muss ich wieder ne Drohne. Ich denke, die schießt bestimmt auf den Teleporter. Ist mir jetzt gerade relativ egal hier. Ich mach jetzt hier, ich geh jetzt hier auch mal voll auf Offensive. Ich schnauze voll. Ich schieße dich ne Feuerklasse. Und auch eine, mit der du gut auf den Boden einfach mal schießen kannst. Deshalb ist mir das jetzt mal gerade relativ Wumpe, wie das hier aussieht. Zack, haben wir den noch und noch gekillt. Sehr gut. Ich hab zumindest ein bisschen was weggeholt. Na, immerhin, wenigstens etwas. Ich geh jetzt hier mal voll auf Offensive. Ich hab die Schnauze voll, immer da hinten zu stehen und versuchen, irgendwie was Sinnvolles zu machen. Jetzt mach ich noch was ganz Sinnvolles. Ich hab jetzt einfach rein. Jetzt hier, egal. Geh weg, keiner will dich. Du nervst. Jetzt gibt's auch's Maul. Stört euch alle an. Mensch. Hupsch. Huiin. Nichts hab ich nur noch geworfen, bevor ich gestorben bin. Boah, das ist schlimm, ey. Da sind ja nur Minen drin. Da sind alles nur am Kakteen am Spielen, ey. So ne Scheiße. Was ich jetzt mal mache, ich geh jetzt mal hier in Drohnen-Time, äh, Schnauze voll hier. So ein bisschen was dran machen hier. Ein bisschen was mit der Drohne mal wegholen. Mit so einem Luftschlag und so, weiß sie. Oh, mal die anderen Drohnen weg. Scheinbar machen die anderen das ja nicht. Haben sie scheinbar keinen Bock drauf. Wir holen wieder jetzt halt mal weg. So, die ist tot. Das ist ne Feuerblume. Wenn wir jetzt was tun. Sehr gut, die ist tot. Das war schon mal sehr gut. Zack. Und ich würd sagen, da gibt's nochmal einen Drohnen-Schlag. Sehr gut. Der wird auf jeden Fall treffen. Ich glaub, da hab ich noch ne Drohne gesehen. Wir müssen nochmal gerade... Was da ging tun. Ah, schade. Okay. Aber hey, wir haben zumindest das eingenommen. Mein Team hat gut, gut was eingenommen gerade. Das war sehr gut. So, jetzt würd ich's dann laufen und nochmal rein. Ob nicht werden wir das jetzt hier holen, das Ganze. Ja, ich bin einfach... Wie geht's jetzt? Ich bin jetzt einfach da. Ich bin rein, ne? Treff euch alle. Oh, mach's gut auf Wiedersehen. Don't play. Ja, wir haben angenommen. Sehr schön. Käpt' vielleicht schon wieder. Du nervst mich langsam. Ja, ich weiß. Ja, ich werde nicht offline gehen. Mich nervt sowas. Stubb da hinten. So, weiter nach vorne hier. Nein, der ist vor mir. Juhu. Baust du ihn? Du hast den gebaut? Bau ihn. Bau, was das Zeug hält. Ich steck mir ein paar gute Zombies vor, die für uns kämpfen sollen. So, wir springen gleich mal hier unten rein. Das war ja letztens so lächerlich, ne? Was hab ich da gespielt? Auch ein Ingenieur. Ich weiß nicht mehr welchen. Ich glaub den normalen Ingenieur, oder? Wo ich da hier in den Scout reingelaufen bin. Das war richtig dämlich. Ohne Scheiß. War auch noch da. LOL, ich hab die ganze Zeit... Oh, super. Ich hab die ganze Zeit Disco-Tänzer beschworen. Ah, super. Sehr gut. Steht da nicht gerade kackt hier? Ne, läuft. Da steht nicht gerade kackt hier. Ohne Scheiß. Zack, Junge. So schnell kann das gehen. Oh, so ein bisschen da oben hin. Lieben Jungs. Immer Hallo sagen da oben. Hast wir das nicht mit uns machen lassen? Na, ich hab sogar jemand getötet damit. Hahaha. So muss das sein. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Egal. Ey, wir haben eingenommen. Sehr gut. Sehr gut. Danke. Ich hab sogar noch auf mich gewartet, dass ich direkt hier vorne bin. Und aus dem Telepoyer... Telepoyer eiern kann. Telepoyer eiern kann. Sehr geil. So. Oh, bitte. Come on. Please, Baby. Yes. Der steht, würde ich sagen. Und wir machen einen Zombie-Lauf, dass wir hier das Ding auch so schnell wie möglich einnehmen. Kommt, ihr Lieben. Aufstehen. Ist Zeit für euch. Nein, da war eine Mine drin. Ich hab's noch gesehen. Aber ich hab das Zombie-Lauf beschworen. Haha. Ist mir egal. Hauptsache, ich hab meine Zombies alle beschworen. Hauptsache, die ganzen guten Zombies sind auf dem Weg. Und der Teleporter steht. Haha. Ich hab's... Ich hab's hingekriegt. Leute. Da kannst du nicht durch. Da kannst du nicht durch. Da hat der mir eine Kiel geklaut. Du mieses Stück. Das kann aber nicht wahr sein. Vielleicht klaut der mir noch den Kiel in letzter Sekunde. Meine Zombies hier, die machen's gerade. Ich muss nochmal da oben gerade hin. So. Ich glaub, jetzt werd ich gleich eins aufs Gesicht kriegen. Oh, noch nicht. Noch nicht. Sauerst. Haben wir noch einen? Lässt du mal einen Zombie in Ruhe. Was soll das? Hab ich dir das erlaubt? Was natürlich jetzt klar war, dass das war richtig fies jetzt gerade, was wir jetzt nur mit meinen guten Zombies gewonnen haben. Mal bei. Das ist mir jetzt mal gerade relativ egal. So, wir haben halt gewonnen hier und so. Gucken wir mal, gerade ist hier jemand? LOL. Hallo. Ich guck mal, ob hier jemand ist. Nö. Gleich keiner. Hier ist an sich keiner mehr. Kann das sein. Da ist keiner mehr. Lent noch. Das will auch keiner mehr. Okay. Keiner mehr hier. Der guckt sogar oben nach. Perfekt. So muss das sein. Gutes Team. Wir eiern weiter. Das war noch eine Katze. Sehe ich da gerade. Die müssen wir mal gerade weghauen. Der Teleporter ist auf der linken Seite. Das ist jetzt nicht so geil. So, hier ist noch eine... Alter, hier ist noch eine Forte in der Schattenblume. What the hell? Ja, sehr gut. Gute Idee. Gute Idee, nur leider hat es nicht funktioniert. Das ist leider jetzt sehr, sehr, sehr scheiße, dass da oben jetzt jemand steht. Oh, das könnte jetzt sehr, sehr wehtun. Ja, natürlich. Aber klar, Ken, was ist denn mit dir los? Würdest du mich verarschen? Ich glaube, es hackt, dass mich die Bruno noch erwischt hat. Das war wohl ein Scherz jetzt gerade, oder? Das war wohl ein echter Scherz von dir heute. Ich gehe mit Absicht auch nicht auf dieses Duell ein, weil mir das zu blöde ist. Ganz ehrlich. Mich interessiert das heute einfach gar nicht. Ich mache hier mein Ding und das reicht mir. So, als du dir. Sehr gut. So. Schon wieder. Geh weg da um. Da läuft. Weil ich schläft den gar nicht. Ah. Aber da habe ich ihn getroffen. Ha, stürpert einfach. Stürpert. So, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, getötet. Ha, ha, ha. Sehr gut. Schau mal so ein bisschen da vorne rein. Ein bisschen Nerven und so, wisst ihr? Oh, Ken. Was ist denn los? Lass das doch mal. Du nervst, Ken. So, es bitte mal sein lassen. Mein Gott. So. Da haben wir noch jemanden. Oh, gibt es eine Mine drin, ne? Ah, siehst du? Ich habe doch gesehen, dass da noch eine Mine drin lag. Ha, 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 ha. Also. Wo ist er jetzt hin? Warte, weg. Wo ist er jetzt hin? Weg mit dir. Oh, Ken. Meno. Wer ist los mit dir heute? Heute auf Kavallos oder was? Oh, heute gut platzierte Mine hier. Muss man ja mal sagen. Oh, hier laufen ja alle über links. Was ist denn mit euch los? Habt ihr was gesoffen oder was? Laufen alle über links. Das finde ich mal ganz cool. Das habe ich noch nie gesehen, dass alle über links laufen. Laufen sonst alle mal über rechts und so. Oh. Oh. So, wie sieht es denn hier aus? Da sind noch ein paar Kakteen aktiv. Da müssen wir mal dringend was tun. Aua. Mann, kennt schon wieder. 2 zu 7, das sagt alles. Nein, ich fokuse nicht. Nein. So. Durch die Teleporter, die ich nicht aufgebaut habe. Ich muss den mal selber aufbauen, sondern wäre vielleicht besser gewesen. Nein, egal. Geh mal weg mit deiner Scheißdrohne. Bin hier rein. Ich will hier Schaden machen. Eine Feuerklasse heute. Da muss ich mal ein bisschen Damage hier machen. Lol. Ich wollte den eigentlich da durchwerfen. Jetzt habe ich das mal draufgeworfen. Oh, oh. Ich werde sterben. Schade. Einer dieser blöde kleine, dieser blöde kleine Pilz. Das gesehen hat mich angeschneimt, die Sau. Sausack. Mensch. Es ist hier einfach nur, es ist quasi schon, wie sagt man, ich glaube eine Materialschlacht oder sowas. Es ist einfach nur noch ein totales Gemetzel. Die Leute laufen einfach nur noch rein und ich sehe da überhaupt keine Struktur mehr hinter. Hauptsache, ich bin drin und bringe hier mein Damage an den Mann. Das ist gut. Jetzt fühle ich mich gleich eine Bohne killen oder sowas. Und ein bisschen hin. Oh, du nervst mich. Meine Güte. Geh gleich offline im Übrigen, wenn mich das nervt. So, ich würde sagen, damit haben wir da leider verloren. Schade. Oh, da, wir haben gewonnen. Hey. Sehr gut. Komm, noch ein Nelscreen laufen. Yeah. Uhu. Da bin ich jetzt auf meinem Festhofthammer. Nicht so geil. Geh weg. Weg mit dir. Schade. Ja, wunderschön. Ah, da muss ich mir gerade meine Brille ausziehen, weil mich mein Auge tränt. Ey, 17.000 Punkte da immerhin. Ich würde sagen, das war gar nicht so schlecht heute. War eine schöne Runde. Muss man mal sagen. 34 Kills. 17.070 Punkte. Lief auf jeden Fall bei mir, würde ich sagen. Ja, wunderschön. Ich würde sagen, damit war es das dann für heute. Wir zeigen noch die Statistik. Im Übrigen habe ich einen Kommentar gekriegt. Zeig doch mal bitte immer deine Statistiken am Ende. Das mache ich doch immer. Ihr müsst einfach nur ab und zu einfach mal auf Stopp wahrscheinlich drücken, weil ich zeige die halt nicht immer an. Direkt. Also, lange und so. Halt aber so, 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 so. Ja, hier Statistiken. Na, okay, auf und weg. Dann müsst ihr halt dann kurz Stopp drücken. Ihr könnt alles sehen. Egal. Danke fürs Einschalten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.